Hallo, in diesem Video nur ganz kurz der Hinweis auf ein Gerichtsurteil des Bundesgerichtshofes, das uns sicher noch lange beschäftigen wird. Zu dem Urteil selbst ist die Urteilsbegründung noch nicht veröffentlicht worden. Nur das Urteil per Pressemitteilung ist derzeit bekannt, also das Ergebnis. Und das kann, wie so oft bei deutschen Gerichten, in jede Richtung interpretiert werden. Doch was war passiert? Geklagt hatte die GEMA gegen die Telekom. Zwei Läden, bei denen der geneigte Zuschauer direkt danach fragt, es zu viel verlangt, wenn beide verlieren würden. Zwei Läden, die in der Liste der Beliebtheit direkt hinter Asbeststrohhalmen liegen. Die GEMA als Vertreter der Content-Inhaber versucht, gegen sogenannte illegale Webseiten vorzugehen. Und in diesem Fall ging es unter anderem gegen die Webseite goldesel.to. Registriert im Königreich Tonga ist eine Schließung der Webseite scheinbar nicht ganz so einfach, weswegen die GEMA an die Telekom herangetreten ist und ein gutes altes Stoppschild verlangt hat. Also die Sperrung der Webseite für Telekom-Kunden. Die Telekom hat das abgelehnt. Zum einen, weil es eigentlich kein wirkliches Gesetz dafür gibt. Und ferner, laut Paragraf 8 Telemediengesetz, wird klar gesagt, dass ein Internetprovider, also die Telekom, nicht dafür verantwortlich ist, was über deren Leitung, ich sag jetzt mal, geschickt wird. Also was da passiert. Und man kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden. Das heißt, man macht nichts falsch. Und wenn man nichts falsch macht, warum soll man dann sperren? Nun wissen wir natürlich alle, dass mit logischen Argumenten oder mit Verstand, da ist man bei der GEMA an der völlig falschen Stelle. Und so mussten am Ende dann die Richter entscheiden. Muss die Telekom also sperren oder nicht? Und die Richter haben entschieden. Und zwar, wie schon gesagt, in einer Art, wie man es nur von deutschen Gerichten erkennt. Also die Telekom hat durchaus gewonnen. Also keine Websperren. Aber gleichzeitig sagte das Gericht auch, dass Websperren unter bestimmten Umständen durchaus zumutbar und am Ende dann durchzuführen sind. Die GEMA hatte es sich nur zu einfach gemacht. Einfach zu sagen, Domain im Ausland, wir kriegen die nicht platt, also muss gesperrt werden, das war dem Gericht zu einfach. Die GEMA muss sich halt mehr Mühe geben, zum Beispiel an den Hoster der Dateien anwenden. Aber als letztes Mittel, wenn alles nicht funktioniert hat, dann müsse die Telekom am Ende eben doch die Websperren einführen. Und das ist das ganz große Aber an dieser ganzen Kiste. Und wie sich das auswirkt, das kann derzeit noch keiner wissen. Die komplette Diskussion über Websperren, die hatten wir damals schon mit Kipo Uschi und ihren Stoppschildern. Aber am Ende hatte man eingesehen, dass Löschen besser ist als Sperren. Und das Problem ist allerdings nur, dass während Kipo praktisch überall illegal ist, verhält sich das Ganze mit urheberrechtlich geschütztem Material durchaus anders. Als Beispiel eine Webseite haben wir in einem anderen Video vorgestellt, Link in der Beschreibung, in der man ziemlich einfach jede MP3-Datei, also jedes Lied runterladen kann, das man möchte. Und während so etwas in Deutschland wahrscheinlich auch in Europa und in den USA nicht erlaubt wäre, ist das Ganze zum Beispiel in China überhaupt kein Problem. Ich kenne jetzt natürlich die Rechtslage im Königreich Tonga nicht ganz genau, aber ich schätze mal, dass man das Problem dort nicht hat, sonst hätte die Tonga-Gema dem Ganzen schon einen Riegel vorgeschoben. Das heißt, die Domain zu löschen, darauf kann man nicht wirklich hoffen. Wo die Seite gehostet wird, das ist auch nicht unbedingt ganz leicht zu ermitteln. Und damit wären wir allerdings auch schon beim wichtigeren Punkt, denn die Seite selbst bietet ja gar nicht die entsprechenden Dateien an, die sie verlinkt. Daher ist es logisch, dass hier streng genommen, ich sag jetzt mal, ersten Grades keine Urheberrechtsverletzung begangen wird. Die Seite sammelt aber Links zu urheberrechtlich geschützten Dateien, so ähnlich wie Google das auch macht. Mit dem Unterschied natürlich, klar, von den Milliarden Treffern, die Google, ich sag jetzt mal, zur Verfügung stellt. Da sind die Links, die jetzt eben illegal in Anführungsstrichen sind, nur ein kleiner Teil. Hier hätten wir quasi eine Suchmaschine oder einen Linkkatalog, der sich nur mit solcher Art von Links beschäftigt. Die große Frage am Ende ist nun also, was muss die Gema oder der rechte Inhaber künftig tun, damit das Gericht Websperren als angemessen ansieht? Obwohl sich die Politik dagegen ausgesprochen hat, hat das Gericht damit quasi durch die Hintertür die Websperren wieder eingeführt. Und wie schon gesagt, wie oft das Ganze am Ende vorkommen wird, das wird man erst wissen, wenn man weiß, wie hoch die Latte liegt. Natürlich können wir es als gesichert betrachten, dass die Gema nicht aufhören wird, aber das Angebot zu killen, das geht halt streng genommen nur über die Domain, denn den Server abzuschalten, das dürfte kaum was bringen. Die dortigen Daten, die bestehen aus wenigen Seiten und wahrscheinlich einer riesigen Datenbank. Solch ein Server kann innerhalb von wenigen Stunden auf einen anderen Server umziehen und damit gibt es dann eine andere IP, zum Beispiel in China und dann steht man schon wieder ganz am Anfang. Auf der anderen Seite eine Domainsperre, was soll das bringen? Die Politik hat die Webseitensperre fallen gelassen, weil es nämlich am Ende nichts bringt, eine Domain über eine DNS-Sperre zu sperren. Wie schon gesagt, eine DNS-Sperre, die ist leichter zu umgehen, als einem vierjährigen Lutscher wegzunehmen. Und eine IP-Sperre? Ja, da bräuchte man dann schon als Nutzer am Ende einen VPN-Tunnel, um die IP trotzdem noch aufrufen zu können. Abgesehen davon, dass, wie man hier unter anderem sehen kann, auf dem Server liegen offenbar noch 46 andere Webseiten, die dann ebenfalls alle mit der IP-Sperre gesperrt sind. Das heißt, wir sperren demnächst eine in Anführungsstrichen illegale Seite und sperren für unsere Kunden gleichzeitig 46 total legale Angebote? Ist das dann noch zumutbar? Zumindest für den Kunden? Gut, einige Zuschauer werden jetzt eventuell sagen, Moment mal, das sind Telekom-Kunden, denen ist eh alles egal. Die lassen sich drosseln bezüglich Netzneutralität, demnächst auf die Standspur abschieben. Und wenn demnächst nur noch das halbe Internet verfügbar ist, interessiert die das auch nicht. Aber das ist natürlich zu kurz gedacht, denn die Telekom ist nur ein Provider. Die anderen Provider, die werden mitziehen müssen. Wie dem auch sei, bringen wird es am Ende wahrscheinlich nichts, denn ich schätze einfach mal, die Nutzer, die wissen, dass es solche Webseiten gibt, die wissen auch, wie man zum Beispiel einen anderen DNS-Server einrichtet oder einen VPN-Zugang nutzt. Wahrscheinlich reicht hier sogar schon ein Lamer-Proxy-Server. Sie können mal über die Kommentare mitteilen, ob Sie es wüssten. Und wenn Sie es nicht wüssten, schauen Sie sich die Videos an und dann erst kommentieren. Okay.